Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Reaction Video mit Semir und zusammen gucken wir uns die neue Thai Girl Group an und zwar vor ihm. Wir haben vorhin das MV abgecheckt und haben gesehen, dass sie ein Performance Video haben und es wird unser erstes Performance Video aus Thailand. Da bin ich gespannt wie die Performance so ist, Live-Stage und so. Mal gucken, da bin ich echt gespannt. Das Lied hat uns ja sehr gut gefallen und das MV, also boah. Deswegen bin ich jetzt umso mehr gespannt auf das Performance Video. Ich würde sagen, let's köcheln. Ah, da wären die Namen nochmal. Meinsch, Taron, Hanna, Fai, Jorin. Was war die mit dem Pony? Punch. Cool. Ah, mit Masken. Ja. Auf jeden Fall, die Arbeit wird sehr schön. Auden. Ich weiß nicht, dass Cui-kichwh conjert. keep alt. Gewalt oder was ihr jetzt? Hallo bei euch zu. Das ist nicht so schön. Ich bin ja radiation. Hallo, Frau. Hallo, Frau. Frau, Frau. Hallo, Frau. Oh, die Tansen. hey boy hey boy hey boy hey boy oh 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 zum mittanzen wie sie sich da präsentiert haben war echt cool also haben echt einiges so gezeigt finde ich also es war echt gut zu sehen wie die auch so performen also choreografieren sie schon mal on fire die haben auch eine gute Rühnenpräsenz ja genau also war echt gut mir gut gefallen bin gespannt echt was diese Gruppe zukünftig noch machen wird oh stand for eve würde ich mal sagen ja gut äh falls ihr unsere Reaction zu dem MV noch nicht gesehen habt guckt sie auch noch an ähm falls ihr andere Vorschläge habt könnt ihr auch gerne in den Kommentaren schreiben äh falls euch das Video gefallen hat lasst ein Like da abonnieren nicht vergessen dann sage ich auch Dankeschön fürs zuschauen stay safe stay healthy und bis zum nächsten Video Und 10 10 11 12 13 Okay.